Nein, wie soll man denn da durchkommen, ey? Ach, da ist der Eingang, ne? Shit. Da ist der Eingang. Die beiden gehen hier immer hin und her, das ist doch zum Kotzen. Echt. Komm, geh weg. Komm, wie geht das? Komm, die merken die das nicht. Ach, war klar. Es war so klar. Scheiße. Okay. Tut mir leid, Leute, aber das gehört ja auch alles zum Let's Play, ne? Dass ich ab und zu auch mal überlegen muss, wie wir da das Ganze angehen. Ich weiß aber jetzt, wie wir das machen. Wir holen uns den Käpt'n, also diesen Kommandant, oder wie man den auch nennt. Wir legen den und ziehen wir den in den Schatten. Wenn die anderen beiden nicht gucken. So. Ja, ich weiß, Violet, es ist alles sinnlos mit Morden hier. So, komm. Oh, komm, geh wieder da hinten hin. Komm. Jo. Perfekt. Alter, willst du mich verarschen? Mensch. Das war so klar. Das kann nicht wahr sein. Was haben die für Instinct, ey? Na gut, also, der Plan ist wie folgt. Wir gehen da hinter, machen den Typ kalt, schieben den, schieben den in den Schatten. Und dann, ähm, ja. Und dann gucken wir weiter. Wir müssen, wir müssen einen nach dem anderen von denen fertig machen. Ansonsten bringt das Lüften. Alter. Hä? Wie denn? Alter. Ach. Junge, Junge. Ja, wem sagst du das? Mann, das muss doch zu schaffen sein. Ja, ja, ja. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Vor allem, wir müssen vorne rein. Da ist der Eingang von der Kirche. Oder? Oder müssen wir doch nicht vorne rein? Hm. Ja, drehst du dich jetzt um? Oder bleibst du da stehen? Ah, du kommst zurück, okay. Der rennt da wieder wie ein aufgescheutes Hühnchen rum da hinten. Auch bekannt als Evil Chicken. So, komm, jetzt gehen wir wieder zurück. Geh mal weg hier, komm. Genau, so hab ich mir das gedacht. So, jetzt sind wir schon mal wieder am Schatten. Okay. So, da kommt jetzt wieder. Oh, der rennt bald zweitmal. Das ist nicht gut. Ja, unser Ziel ist die Kirche. Aber wo sollen wir da reinkommen? So, komm. Jetzt geht mal alle weg hier. Um mich den Typ hier erledigen kann. Jetzt. Boah, sag nicht, die können den nicht sehen. Bitte, bitte, bitte. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt das. Bitte, bitte, bitte. Bitte siehe nicht. Bitte siehe nicht. Bitte, bitte. Nein. Oh, hab ich Schwein. Geil. So, schnell. Ja, komm. So, schön. So, jetzt haben wir den doch schon mal. Ja, müssen wir den jetzt noch kriegen, da? Oder? Nicht. Das ist jetzt die Frage. Also, er kriegt es ja mit. Warte mal, ich hab ne Idee. Ob nicht klappt das? Komm, jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, 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 ich kann das bestimmt sehen, wenn wir jetzt da rumlaufen. Oh, 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 ich kann das bestimmt sehen, wenn wir jetzt da rumlaufen. Oh, 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 oh. Musik 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 Boah, hier muss jeder Kackrenger Musik 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 Boah wo ist der Kackeingang hier Musik 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 Mann! Ey, wie soll man das denn machen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, ja, du mich auch. Wie soll das denn gehen? Ey, mal ohne Quatsch. Vor allen Dingen, rette die Zivilisten. Informationen über die aktuelle Mission ansehen. Ja. Rette die Zivilisten. Ja, toll. Nein. Ach, das will ich doch gar nicht sehen. Wie soll man das denn machen? Das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Das kann doch nicht sein. Wir kommen doch vorne nicht rein. Haben wir doch eben gesehen. Geht's da eigentlich auch noch irgendwo hin? Da rechts? Nee, ne? Nee. Ja. Die Kirche, ja. Ja, die ganze Kirche brennt. Ja. Wie soll man die Leute denn da rauskriegen? Die Tür ist doch verriegelt. Da ist der einzige Eingang, ja. Sollen wir da rein? Oder? Komm schon. Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt komm hier hin. Das kommt, haut ab. Das kommt, haut ab. Nein. 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 Ach, verdammt. Okay, jetzt reicht's. Jetzt nehmen wir die AK. Kein Bock mehr auf Steffen. Mann, ey. Das kann doch nicht sein. Ja, 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 Provision. Was auch immer. Ach, das gibt es doch einfach nicht. Oder komm, wir gucken uns das Video jetzt nochmal an. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Ja, da ist eine Kirche. Okay. Was soll mir die Kirche jetzt sagen? Die stehen da vor und brennen die an. Ne? Oder was? Aber da gibt es noch einen Eingang in der Kirche. Ja, da stehen sie. Ganz toll. Ja, was soll mir das sagen? Ja, und dann brennt die Kirche. Aber ich brauche einen Hinweis, Mann. Wie ich die Leute da rauskriege. Ja, ja, ja. Jetzt nehmen wir einfach die AK. Fällig. So, komm. So, wie machen wir es jetzt am besten? Der ist weg. Verdammt, wir müssen uns erst den Flammenwerfer 1 vornehmen. Shit. Ich habe doch schon tausendmal erklärt. Dafür gibt es eine Putsfrau, Alter. So. Wir müssen uns erst den Flammenwerfer 1 vornehmen. Das können wir jetzt auch sagen. Alter. Ja, irgendwie müssen wir doch diese Spielzeuge mal zur Potte bringen hier. Alle zur Kirche. Genau, alle zur Kirche. Ich bin schon auf dem Weg. So, wir nehmen jetzt die AK wieder. So, da. Das gibt es nicht. Ja, 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 ja. Ey, das kann doch nicht sein. Wie sollen wir denn bitte... Wie sollen wir das denn bitte schaffen? Ey, das ist jetzt schon mindestens das 20.000 zumal, dass ich hier lang gehe. Hallo zur Kirche. Ja, toll. Wie sollen wir die Zivilisten da rausholen? Du, Typ, du. So, der steht jetzt hier. Oh, komm, geht er von hinten? Ja. Genau. Ah, das ist ja toll. Oh. 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 Hey!